Gurske Logistik. Wir sind ein mittelständisches und innovatives Unternehmen, das seinen Auftraggebern umweltfreundliche Transport- und Logistikdienstleistungen bietet. Neben unseren Stärken in den Stückgut, Teile und Komplettladungsverkehren liegt unser Schwerpunkt in der Kontraktlogistik. Hier erbringen wir für unsere Auftraggeber langfristige und umfassende Logistikdienstleistungen. Dabei sind wir für die Automotive, Baustoff, Chemie, Lebensmittel, Maschinenbau und Papierbranche tätig. Wir transportieren alles, von Anlagenteilen über Kunststoffgranulat und Textilien bis hin zu Zweirädern. Dafür sind täglich über 100 eigene Fahrzeuge im Einsatz, die mehr als 1000 Sendungen transportieren. Das sind über 30.000 Tonnen bewegte Güter jeden Monat. Die komplette Abwicklung erfolgt durch unsere mehr als 200 Mitarbeiter. Mein Name ist Stefan Guske, bin Geschäftsführer in der Gesellschaft der Herder Spedition Heinrich Guske, ein Unternehmen, welches es seit 1933 in Rostock gibt. Und ich die Ehre habe, das Unternehmen in dritter Generation zu führen. Das Unternehmen wurde ja 1933 gegründet, also vor dem Zweiten Weltkrieg durch meinen Großvater und war zu DDR-Zeiten in den Jahren privat geführtes Transportunternehmen. Wir schlagen im Jahr ca. 120.000 Sendungen um mit 300.000 Tonnen, um einfach mal so Fakten zu haben. Und ich glaube, diese Zahlen sind beeindruckend und da sind wir eigentlich auch stolz drauf. Unsere Filmenphilosophie lautet umweltfreundliche Transport- und Logistikdienstleistungen. Darunter verstehen wir die Kombination aus Erbringung unserer Dienstleistung, aber möglichst umweltschonend. Neben Rostock sind wir am Standort Bad Segeberg vertreten und haben auch noch einen Stützpunkt bei Hamburg, wo wir vorwiegend Transportdienstleistungen für Kunden erbringen, aber auch in Bad Segeberg mittlerweile Umschlagtätigkeiten durchführen. Und das ist auch eine ganz klare Ausrichtung für die Zukunft des Unternehmens, der Unternehmensgruppe, dass wir auch überregional wachsen möchten, um eben auch gerade den Standort in Rostock zu festigen. Im Stückgutverkehr sind wir Gesellschafter der 24-plus-Systemverkehre. Das ist eine Kooperation von Speditionsunternehmen, die dafür sorgt, dass ihre Sendung europaweit sicher und termingenau zugestellt wird. Wir transportieren Güter im Trocken-, Frische- und Kühlbereich. Im Bereich der Lebensmittellogistik sind wir sowohl für Produzenten als auch für Handelsunternehmen tätig. Unser eigenes Kontrollsystem auf Basis der HA-CCP prüft ständig die Einhaltung aller Vorgaben und wird regelmäßig zertifiziert. GUSK Logistik zeichnet sich besonders durch die persönliche und direkte Kundenbetreuung, durch Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, was uns auch den Erfolg ermöglicht. Bei uns haben die Kunden einen direkten und persönlichen Ansprechpartner, der komplett die Auftragsüberwachung übernimmt. Die erfolgreiche Zusteckworte ergibt sich daraus, dass wir sehr eng zusammenarbeiten und unsere Kommunikation ist sehr offen. Wir haben hier ein Großraumbüro, wo wir alle sehr eng miteinander zusammenarbeiten und dadurch auch besser kommunizieren können. Da alle unsere Fahrer nach ADR-Bestimmungen geschult und alle Fahrzeuge entsprechend ausgerüstet sind, ist auch der Transport von Gefahrgut für uns tägliches Geschäft. Wir übernehmen für sie den Lagerumschlag und den Transport fast aller Gefahrgutklassen. Dafür haben wir ein nach Bundesemissionsschutzgesetz genehmigtes Lager auf unserem Gelände in Rostock, unseren Spezialgut-Terminal. Wir arbeiten im Gegensatz zu vielen grundsätzlich mit eigenem Personal, mit eigenen Fahrern. Man merkt es auch, dass die Mitarbeiter im Endeffekt das schätzen, dass sie im Endeffekt direkt bei uns angestellt sind und nicht über Subunternehmer oder über Zeitarbeit. Und ich glaube mal, in so einem Unternehmen, was inhabergeführt ist, mit kurzen Entscheidungswegen, mit direkten Ansprechpartnern, das zahlt sich brechend auch aus. Zur Abwicklung unserer Logistikdienstleistungen verfügen wir über Logistikflächen in Rostock, Güstrow und Bad Segeberg mit über 20.000 Quadratmetern überdachter Umschlag- und Lagerfläche und über 25.000 Quadratmetern Freilagerfläche. Wir bieten Ihnen viele unterschiedliche Logistikdienstleistungen, wie die fachgerechte Zwischenlagerung und eine Vielzahl von Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Handling und Verpacken, Container-B- und Entladung oder Konfektionierung. Unser Logistik-Terminal in Rostock besitzt einen Gleisanschluss. Unsere Hochregallager haben eine Kapazität von mehreren tausend Palettenstellplätzen. Täglich werden in diesen Lagern unterschiedlichste Waren ein- und ausgelagert, umverpackt und an die Empfänger termingerecht zugestellt. Für unsere Automotive-Kunden und ihre Händler führen wir die Just-in-Time-Lieferung von Ersatzteilen durch. Da ihre Waren nicht nur pünktlich, sondern auch unversehrt beim Empfänger ankommen sollen, achten wir beim Transport genau auf die Ladungssicherung und die angegebene Transportweise. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb übernehmen wir für unsere Auftraggeber auch die Entsorgung der anfallenden Abfälle und Sonderabfälle und führen diese einer ordnungsgemäßen Verwertung zu. Wir sind Spezialisten für Entsorgungslogistik, insbesondere im Automobilbereich. Das Recycling bzw. die wertstoffliche Wiederverwertung steht dabei im Vordergrund. Alle eingehenden Werkstoffe werden verwogen und in Regale, Container und Blocklager verbracht. Auf unseren großen Freilagerflächen sind die Lagerung und das Handling vieler Container oder anderer sperriger Waren problemlos möglich. Die geschulten Mitarbeiter gehen sorgsam mit ihren Waren um und bereiten im Hintergrund alles vor, was für die Weiterverarbeitung oder den effizienten Weitertransport notwendig ist. Zahlreiche LKW-Rampen und moderne Umschlagtechnik garantieren dabei den schnellen und sicheren Umschlag. In unserem Spezialgut-Terminal werden zum Beispiel Kunststoffgranulate gelagert und in Silofahrzeuge verladen. Mit unseren Lösungen aus dem Bereich der Lager- und Transportlogistik ermöglichen wir unseren Auftraggebern, reaktionsschnell die Versorgung ihrer Produktion oder auch der Kunden vor Ort vorzunehmen. Hierbei ist die Abstimmung der Lagerstrategie und des Lagerlayouts sowie der notwendigen IT-Lösungen von hoher Bedeutung. Unsere Mitarbeiter bereiten ihre Waren so vor, wie sie sie vor Ort benötigen oder ihre Kunden sie empfangen sollen. Wir setzen momentan über 100 Fahrzeuge ein der unterschiedlichen Kategorien, also vom Transporter bis zum 40 Tonnen Sattel-LKW, ungefähr nochmal so 80 Anhänger, sodass wir nahezu 200 Einheiten haben, die auch entsprechend gewartet und gepflegt werden müssen. Wir können alles transportieren. Alles, was palletierte Ware ist oder ähnliche Sachen, die wir auf unsere Trailer von oben, von der Seite, von hinten beladen können, können wir transportieren. Wir investieren in modernen Fuhrpark, möglichst nach den neuesten Euronormen. Wir setzen alternative Antriebsformen ein, wie zum Beispiel den ersten in Deutschland serienmäßig hergestellten Hybrid-LKW. Wir investieren in Photovoltaikanlagen. Wir versuchen, unser Gebäudemanagement umweltgerecht auszurichten, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Das alles sind Maßnahmen, wo wir, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, möglichst diese umweltschonenden Dienstleistungen erbringen. Für die letzten 20 Jahre haben es bewiesen, dass wir nicht mit Hauruck-Aktionen was erreichen wollten, sondern dass wir, wie man so schön sagt, heute eigentlich organisch gewachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt des Erfolges. Gustke Logistik – wir sind Ihr umweltfreundlicher Partner für all Ihre Transport- und Logistikdienstleistungen.